Musik Nun wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, beim letzten Video habe ich ja angedeutet, dass es eine Fortsetzung gibt, weil das war ja eigentlich so die Birgtour hoch zum großen Tragel. Und oben auf dem großen Tragel, das hat es ja keine Spitze, sondern eher eine etwas rundlichere Kuppe mit aber einem sehr schönen Blick hinein ins Sothegebirge. Und da war ich dann ein paar Stunden und es gab eben auch ein Gespräch mit jemand, der sich da dazugesetzt hat. Und dieses Gespräch ist mir eigentlich ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil es heute nach über 30 Jahren ja tatsächlich nochmal eine ganz andere Dimension, Aussagekraft hat. Und ich möchte auf diese Bilder und auf dieses Gespräch dann hier in den nächsten Minuten noch jetzt näher eingehen. Wenn man da so hochläuft, mehrere Stunden, dann läuft man durch Grauen Fels. Das ist ja Kalkgebirge und das ist da so irgendwo alles so einheitsgrau. Als ich dann mal oben war, das ist so, dass man hat mal die Kammer aufgestellt, das ist dann so ein Blick, so ähnlich wie hier, also rein ins Tote Gebirge. Und wie gesagt, ich kam dann mit jemandem ins Gespräch und dann kam man eigentlich drauf, naja, was ist das eigentlich, das Kalk? Kalk, ja, das ist, ja, wenn man genau hinschaut, dann ist das Muschelkalk. Also ich habe jetzt hier mal zwischenrein mal ein Detail so fotografiert, also man sieht hier sehr deutlich, das ist eine Muschel oder das sind Muscheln. Im Prinzip sind das letztendlich irgendwo Muscheln, die nach unten an den Boden gefallen sind oder halt gestorben sind und nicht verwest sind. Und so hat sich das letztendlich halt so nach aufgebaut. Aber wenn man dann stundenweise so hochläuft, dann wird eigentlich erst so langsam die Dimension bewusst, hey, wie lange braucht das eigentlich, um solche Balge, ja, solche, wie sich sich da aufbauen. Da wird einem erst so langsam die Dimension bewusst, dass es einfach Milliarden von Jahren gebraucht hat, um, ja, sowas entstehen zu lassen. Und wenn man jetzt eben das noch genau anschaut, dann kann man eben auch drauf, naja, das hier ist ja eigentlich, ja, eine versteinerte Mülldeponie, ja, was wir hier sehen. Ja, das ist ja alles nicht verweste Kalk, also nicht verweste Materialien. Ja, und ja, wenn man jetzt das so anschaut, ja, und da ist es mir dann gekommen, hey, also solche Balge von Müll, ja, die sehen wir heute wieder, ja, vor allem wenn wir unsere Elektroschrottberge und so weiter anschauen, und die Deponien, die irgendwo in meistens von den Ländern entstehen, aber wenn man die ein bisschen distanziert anschaut, sieht das genauso aus. Okay, die sind noch nicht so hoch. Aber, hey, das ist alles in den letzten 30 Jahren erst entstanden. Vor 30 Jahren hat das Ganze mit dem Elektrozeug erst angefangen. Also gab es noch kein Handy und das waren so die ersten Computer, ja, die ja damals dann so waren. Und wir sind schon 30 Jahre, also 30 Jahre ist, ja, ein Drittel meines Lebens. Und jetzt haben wir riesige Müllberge. Aber viel kritischer, wie jetzt diese Mülldeponien, ja, das ist eigentlich, dass wir die Erde aufbuddeln und rausholen, was geht. Ja, wir holen Kohle, Braunkohle, Steinkohle, Uranerze, also einfach alles, damit, ja, Strom erzeugt werden kann. Ja, natürlich auch die ganzen Mineralien und Erze und so weiter, damit unsere super tolle, wundersame technische Konsumgüter-Wunderwelt einfach existent sein kann. Doch auch diese Kohlevorkommen und so weiter, die haben sich alle auch eben über diese Jahrmillionen von Jahren erst gebildet. Und das, was ich in Jahrmillionen von Jahren gebildet habe, das holen wir jetzt in wenigen Jahrzehnten an die Erdoberfläche und verbrennen es. Und letztendlich ist es einfach so, dass die Erde ein abgeschlossener Lebensraum ist. Ja, es ist halt so, und da gilt nun mal ganz einfach, ja, die physikalische Basis der Satzerhaltung der Energie, dass die Menge der Energie in einem abgeschlossenen Lebensraum halt ganz einfach immer gleich bleibt. Das heißt, wenn wir hingehen und diese ganzen Ressourcen rausholen und verbrennen, ja, übrig bleibt letztendlich Wärme, egal ob wir das verbrennen oder hinterher dann einfach in Bewegung, auch bei der Bewegung bleibt hinterher Wärme. Und dann wundern wir uns, ja, wenn die Erde anfängt zu dampfen, also wenn das letztendlich immer warmer wird. Das Klimaproblem, ja, das lässt sich mit Technik nicht lösen, sondern das Klimaproblem entsteht durch die Technik. Entsteht dadurch, dass unsere Technik nur funktioniert, wenn wir Strom haben. Diesen Strom müssen wir ja eben letztendlich halt erzeugen, durch das, dass wir fossile oder andere Brennstoffe verwenden. Und wir können unsere Probleme mit der Technik nicht lösen. Nur, das kann man jungen Menschen heute gar nicht mehr verständlich machen. Denn es ist so, dass... Wenn also wirklich nur der Bildschirm jetzt mal nicht mal zehn Sekunden schwarz wird, waren wir schon nervös. Dann stimmt schon was nicht mehr, weil wir sind alle verbunden, connected mit dieser neuen, wundersamen Welt. Ja, und wenn wir sind nicht mehr ein Teil der Natur, sondern wir sind sehr viel mehr ein Teil von dieser virtuellen Welt, die wir uns jetzt eben in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben. Und die muss natürlich existent bleiben, damit wir letztendlich auch diese, nicht nur die Wohlstahlskontur, sondern ganz einfach unsere innere Existenz ist abhängig von diesen ganzen technischen Geräten. Dass diese Entwicklung grundsätzlich in die falsche Richtung geht, das ist nichts Neues. Also, wenn wir hier mal das anschauen. Hier, die, ja, Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, wirklich ein alter Klassiker. Oder, ja, wer findet die Computermythen von Weizenbaum? Essen aus dem Genlabor. Ja, das sind alles Bücher, die sind aus den 80er und 90er Jahren. Dass das alles nicht funktioniert, dass wir manipuliert wurden und so weiter, steht da alles drin. Konrad Lorenz, ja, die Todsünde der Menschheit und das Schicksal der Menschen, ja. Und letztendlich, ja, Hans-Peter Dürr, die Zukunft ist ein unbetretener Pfad. Und das ist es letztendlich auch so. Wir gehen eben in eine Richtung, ja, die total in die Sackgasse geht. Ja, ich will das jetzt gar nicht mehr so sehr, so globalisieren, ja. Ich habe mich auf den kleinen, schmalen Bereich der Fotografie konzentriert. Aber es ist eben so. Auch bei mir ist es so, dass ich eben, ja, immer größere Technik und so weiter. Vor allem habe ich jetzt aber auch Freunde gehabt, die eben, ja, auch immer eine tollere Kamera und eine schnellere und größere Objektive und so weiter. Und immer was Neues und ein neuer Computer, ja. Das ist alles super toll. Bloß irgendwann, sobald sie mal anfangen, die Leukozyten zu zählen, ja, dann ist das alles nicht mehr wichtig. Und dann ist die Geschichte auch ganz schnell vorbei. Dieses Bild hier, ja, das wurde mit einer Kamera fotografiert, ja, der einzige Technik ein Verschluss war, den man mit einer Feder aufzieht. Ja, und dann habe ich drei Stunden lang in eine Richtung geschaut. Da wurde ich nicht nach zehn Sekunden nervös. Und wenn Sie sich dieses Bild hier an die Wand hängen, ja, dann können Sie das 200 Jahre lang anschauen, ohne irgendwelchen zusätzlichen Strom. Da reicht das ganz normale Sonnenlicht. Ja, ich hoffe, dass wir, ja, von dieser Mülldeponie der Zeit, ja, dass wir den richtigen Pfad finden, ja, und dann eben vom Totengebirge, ja, wieder immer auch in Zukunft zurückgehen können, ja, in eine lebenswerte Welt. Ja, ich hoffe, dass wir, ja, wiederholfen können, ja, wiederholfen können, ja, wiederholfen können.